Das Münchner Oktoberfest. Für Millionen Menschen ist es jedes Jahr ein Riesenspaß. Für mich ist es heute vor allem eins, eine große Herausforderung. Mit rund 6 Millionen Besuchern ist das Oktoberfest das wohl größte Volksfest der Welt. Das passende Outfit habe ich schon mal an, aber ich bin absoluter Wiesenneuling. Deswegen dachte ich mir, ich will es direkt richtig wissen. Ich werde mich drei extremen Disziplinen stellen. Ich helfe beim härtesten Job, beim Kellnern. Traditionell werde ich Armbrustschießen machen und das brutalste Fahrgeschäft hier testen. Ein Freefall Tower. Aber wie heißt es so schön? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Extrem ist heute auch das Wetter. Draußen regnet es. Drinnen ist die Stimmung feuchtfröhlich. Jedes Jahr trinken die Wiesnbesucher knapp 8 Millionen Liter Bier und die müssen erstmal an den Mann bzw. den Tisch gebracht werden. Dafür sorgen Corinna Reis und ihre Kolleginnen. Arbeiten, wo andere feiern. Heute soll ich mit anpacken. Schaffst du schon. Wir nehmen es einmal so. Eine Stimme unten raus. So kurz. So. An eine Brust. Und jetzt hier hoch. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt einmal hoch. Jawohl. Ob von mir heute Bier bei den Gästen ankommt, wage ich derzeit zu bezweifeln. Die Stimmung steigt. Der Pegel bei den rund 5800 Gästen im Zelt auf. Das Schleppen geht ganz schön in die Arme. Eine volle Maß wiegt schließlich rund zwei Kilo. Eins ist mir jetzt klar. Dieser Job ist wirklich extrem. Für mich schon langsam fast zu extrem. Nach einer Zeit sind ehrlich gesagt drei schon kaum zu halten für mich. Ja, aber du machst es gut. Aber ihr habt bestimmt morgen Muskelkater. Garantiert. Wir haben alle Muskelkater nach dem ersten Wochenende, bis wir uns dran gewöhnt haben. Und dann geht es ihr dann ab der zweiten Woche. Irgendwann wird es besser, ja. Auf jeden Fall. Das macht Hoffnung. Erholen kann ich mich von dem extremen Job aber nicht. Es geht direkt weiter. In eins der insgesamt 37 Festzelte auf der Wiesn. Bier, Brezen, Blasmusik. Das ist so viel als Oktoberfest. Aber das ist viel mehr als nur eine riesige Party. Es ist nämlich ein Volksfest mit Tradition. Und dazu gehört definitiv auch das Armbrustschützenzelt. Das gibt es nämlich schon seit mehr als 120 Jahren. Das Armbrustschützenzelt war eins der ersten Festzelte auf dem Oktoberfest. Hier wird nicht nur gefeiert, sondern auch geschossen. Herbert Deininger ist schon seit 19 Jahren dabei. Wie wichtig ist denn Tradition auf dem Oktoberfest? Für uns eigentlich sehr wichtig. Weil wir feiern ja hier die Hochzeit der Maria Theresia. Und die Schützenfreine haben damals schon die Bierzelte betrieben. Und wir haben keinen Säte genommen. Heute darf ich ausnahmsweise auch mal an die Armbrust. Jetzt ist der Pfeil drauf, jetzt können wir losnehmen. Augen offen lassen. Ja, jetzt kann ich schießen einfach. Oh, voll in Schwarze. Anfängerglück. Ich sollte mich lieber nicht zu früh freuen. Naja, bei mir geht noch nicht wirklich jeder Schuss in Schwarze. Aber ganz zielsicher steuere ich jetzt meinen nächsten Stop an. Und da geht's richtig rund. Auf zu den Fahrgeschäften. Ich will hier heute hoch hinaus. Das ist ziemlich hoch. Und um ehrlich zu sein, ich hab ein bisschen Höhenangst. Aber der Ausblick soll unglaublich sein. Mit 80 Metern ist der Skyfall nicht nur mein persönlicher Albtraum, sondern auch der höchste mobile Freifallturm der Welt. Ich bin wirklich nervös. Ich hab richtig Mofe saugen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das fand ich witzig. Ihr habt gut lachen. Noch. Ich kann mich von dem Schock jetzt erstmal erholen, denn für heute hab ich es geschafft. Das war wirklich Oktoberfest extrem. Ich hab gekellnert, war beim Armbruchsschießen und vom Freefall Tower mal ganz zu schweigen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich wirklich einen Riesenspaß oder wie der Bayer sagen würde, am Mordsgaudi. Und deshalb kann ich eins mit Sicherheit sagen. Das war nicht mein letztes Oktoberfest. Oktoberfest.